Let's Dance hat sich mit einer spannenden Kennenlernshow im neuen Studio zurückgemeldet. 3,98 Millionen Menschen schalteten ein, als die neuen Kandidaten und Kandidatinnen ihre ersten Tanzversuche auf dem großen RTL-Parkett wagten. Tolle Stimmung auch im TV-Studio in Köln. Dort tummelten sich neben begeisterten Zuschauern und der Jury auch Stars aus dem Let's Dance-Kosmos. Christian Polanz, der 2024 nach 15 Jahren nicht mehr Mitglied des Profitänzer Assabels ist, schaute vorbei, um seine KollegInnen anzufeuern und um zu recherchieren. Wie ihr bereits wisst, startet Polanz parallel zur neuen Let's Dance-Staffel mit einem eigenen Podcast durch. Der Veröffentlichungstermin steht bereits fest, auch ist bekannt, wer sein erster Teilgast sein wird. Und der befand sich ebenfalls im Saal. Profitänzerin Christina Luft, die wegen ihrer Schwangerschaft in diesem Jahr ebenfalls nicht in der Show zu sehen ist. Es war entspannt, sehr relaxed. Es war toll, die Show auch mal von der Seite zu sehen, erklärte sie nach der Vergabe des goldenen Tickets auf Instagram. Mir gefällt unglaublich gut, dass es keine klaren Favoriten gibt und keine Totalausfälle. Das macht die Show unglaublich spannend. Luft ist gespannt, wie die Reise der KandidatInnen in der kommenden Woche weitergehen wird. Es sei sehr gut möglich, so Luft, dass die Sache noch einmal völlig anders aussieht, wenn zwischen Standard und Latein getauscht wird. Das meint auch Isabelle Edwardson, die ebenfalls zum Anfeuern dabei war. Jetzt geht es erst los, wenn die Paare zusammengefunden haben. Die erste Woche ist die spannendste, so Edwardson, die vom ersten Tag an bei Let's Dance dabei ist und in diesem Jahr aussetzt, weil sie ihr drittes Kind erwartet. Von der Kennenlernshow war sie auf jeden Fall begeistert. Es war ein Feuerwerk wie immer. Tolles Tanzen, tolle Musik, wirklich mitreißend. Mit Renata Lusin war auch die dritte Schwangere, Let's Dance, Profitänzerin in Köln vor Ort. Wir haben eigentlich nur über Let's Dance gesprochen, ehrlicherweise, über Babys nicht so viel, gab Edwardson auf Instagram schmunzelnd zu. Im Livestream war der Nachwuchs dann aber doch Thema. Es könnte heute passieren, stellte Lusin fest. Es kann wirklich immer so weit sein. Allerdings würde sie ihren Mann Valentin und den Cast gern noch ein paar Wochen im Studio unterstützen. Warum soll ich zu Hause sitzen? Von Köln nach Düsseldorf ist es nicht weit, erklärte die werdende Mutter. Dass ihre Tochter ausgerechnet an einem Freitag auf die Welt kommen könnte, hält Lusin nicht für unwahrscheinlich. Das wäre ein Let's Dance, Baby durch und durch. Das ist ein Let's Dance, Baby durch und durch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020